und wir machen uns ganz friedlich ist es so schön wenn die videos die schwarzen renner war ich keine ahnung habe alles versucht hast du 16 x 10 bildschirm ja wie natürlich ja dann fernsehtore es ist playstation ja es gibt kein 16 x 10 fährt oder nie gesehen also ich habe 16 10 bildschirm ja bildschirm fernseher ich muss immer renner weg machen ja bildschirm kann er sein aber noch nicht fernseher noch nie gesehen 16 10 fernseh und eine 16 9 auf ja alex hat den selben wie ich fahrtore nur ein größer ja ich habe 16 mal 9 kann ich sagen mein sandstein was patentiert die weggelegt freigelegt er muss ich dich töten alec die kann aber ich will an kevin ich habe wohl sandstein abbauen wo ich will meine fresse ach es bitte alex extra freigelegt ich habe keine scheiß schaufeln mehr was alex bitte ich bin echt am kämpfen mit mir verlocken manchmal ja es ist noch das geilste an dem er es hat sogar genug eisen für eine rüstung aber macht es nicht wo ist als kohle aber mit kohle kann man brauchen weil kohle ist einfach kohle 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 dazu behindert was dagegen von einiges irgendwie kann gar nichts da kommt da kohle die geist sind wir das kann ja die habe ich jetzt mal eingeschaltete hat war viel besser ja ich unterscheiden weg ja alex ich war ich kann ich vom schlau als ich habe nach oben ja kevin leicht tötet dich wirklich wenn ich ordnen sandstein abonnen von oben verdienten dafür allein für dieses scheiß prinzip logik dinge ja du ja ich war ich weiß nicht wieso den ganzen sand darüber abbaus ich fange einfach unten an so viel sinnvoller sand und sandstein was so ja denn passt das dort hat dann dann abbauen ich brauche ich brauche mehr sandstein als da hier ist doch genug sandstein für alle wissen wüsste den eigenen scheiß freilegen ich habe doch gerade alles freigelegt da unter von allein ok tschüss das war's wo bist du wenn du bist du bist ja ich habe nichts getan hätte nichts weggenommen gar nichts wenn mich jetzt ich habe selbst die ganze abgebaut ja alles w w w w w in die hand ohne rüstung ich ihr schwert mit rüstung nachdem soll ich noch mal schlagen wie ich schon auf die nachricht warte ja ich auch ja was ist eine hand wird so gerne machen aber hause sind kaputt was ich habe sechs hier im haus alex ich habe noch mehr ich habe ich habe ich habe nichts was du kaputt springen kannst die treppe ist ein bisschen lang und töten ich habe gar keinen t-block er blockt was mir nur alle anderthalb schaden dass wir heute gemacht mit dem schwert ja hör auf jetzt wehe wehe ich waren es schon drei wenn man ein schweller aufbauen und bis alles kaputt weitermachen ja und ich war nicht wie ich von immer wir in meinen sachen sparen rafen er ist gegen kaktus renn alex ja nicht kaktus lalala okos kreker oh oh der explodiert auch jetzt müssen wir wissen hier weiß es nicht wissen die zombies hier weisen fällt ab er hat ja noch nicht verdient er muss noch erde liegen auf der eintruder wenn er was falsches macht als wäre ich unvorbereitet kevin ich habe keinen du hast nur richtung im inventar ja das hat gesehen du scheiß kackelappen weiß das ja du musst du du sollst nicht kaputt schlagen hast du wieder killen du musst immer deinen dämonischen bis weiter runter in der rüstung weiter kaputt spannende aufnahme die tue schau danke alex du versuchst es ja auch immer wieder ja was soll das was soll ich nur das machen ich will da draußen samt haben nachts ist das eh dumm ja dann hau doch ab da ja geht ja auch nicht so geht das nicht ja wenn ich reinge würdest du mich auch schlafen daher ist es nicht groß genug für uns beide echt mal vor allem wenn ihr mir den sandstein vor der nase weg waren hat mich groß genug hat mich groß genug er war mir vor der nase weg das prinzip ja ich stehe da und bau und bau die ab wo ist dein problem ach sagt an der wir machen uns ganz friedlich ist es so schön doch entspann ich den weizen können ersetzen wir kommen hier wie ein creeper von der seite erinnerst du hier raus das ist da noch welche kühe wird eingehen wir kommen hier kann noch was hin da hätte ich so nirgendwo muss ne mein reich jetzt noch ein blumen vor allem level 53 okay dein haus ist weg alles was du besitzt ist gleich durch die ganze zeit die ganze zeit weil wir 53 setzt es bei dir alles weg können das kannst du ja ich war auch ein paar mal hohes level dass die marie gilt hohes level johannin leben 53 ich gehe noch nicht verzaubern hätte ich gekonnt alles ich habe alle sachen hier dafür stehen ja wir machst es ja nicht das kann noch kein zaubertisch aber ich war ja was ich habe jetzt aber dann die man schwer recht mäßig erkämpft würde ich sagen kann er gerne wieder haben wenn er meine sachen ganz lässt ich habe alle ganzen sachen gesaved also wenn man sagen ganz letztendlich gerne wieder haben wir sind jetzt in kirchen aber ich habe ein eigenes an gezogen er hat auch noch alles rüstung aber ist natürlich ärgerlich und wenn er mich so ein wenn er mich so oft geht dann war es auch gerechtfertigt ich habe ich habe nur dann abgebaut das jetzt jedenfalls weitermachen er ist immer noch nicht versteht was was verstehe ich nicht dass er sicher dass ich neben der sache abgebaut habe ich kann ab und wo ich will die hündchen hier schon habe ich meine fresse alter ich war ja oder liegt ja noch tnt rum das ist ein mini-zombie weil das ist nicht so alter alex du hast gerade meine brücke angezündet bist du das waren sind alter ja kevin okay dein haus ist weg also auch ich habe ich habe nämlich tnt momental gehabt und ich brauche mir direkt an dieser partei heraus bitte das mit der brücke tut mir leid aber ja dankeschön dass die brücke ich habe jetzt abgekriegt aber wir nichts damit ich bin mit tnt bei alex